Koans sind zentral im japanischen Zen-Buddhismus. Was sind diese merkwürdig knappen Texte, die mal als Rätsel daherkommen, mal als kurze Erzählung, mal nur als Einsatz? Und wie kann man mithilfe einer Textaufgabe Erkenntnis oder vielleicht sogar Erleuchtung erknobeln? Danach hat Mechthild Klein gefragt. Diese Koan in der früheren Tradition sind Präzedenzfälle, Anekdoten, Legenden früherer Meister und Schüler, die quasi als Modell dessen dienen, wie man sich zu verhalten hat, wie man also dem richtigen Erwachen sich anzunähern hat, sagt Steffen Döll, Professor für Japanologie an der Universität Hamburg. In frühen Zen-Geschichten aus China gibt es noch keine Meister-Schüler-Beziehungen, wie sie der heutige Zen-Buddhismus kennt. Durch die beispielhaften Geschichten der Koans sollten sich die Schüler bestimmte Denk- und Verhaltensmuster zu eigen machen. Man weiß heute nicht mit Sicherheit, wie diese Tradition damals praktiziert wurde. Möglicherweise verkündete man die kurzen Erzählungen in einer Meditationshalle vor den Zen-Praktizierenden. Die Geschichte der Koans geht bis ins 6. Jahrhundert nach Christus zurück. Sie fassten Lehrgeschichten oder Sutren zusammen. Erst im 12. Jahrhundert ist im chinesischen Chan und im japanischen Zen überliefert, dass über einzelne Sätze aus den Koans meditiert wurde, als Methode des Erwachens. Wir haben auf jeden Fall jene Koan, die sich erstmal einer rationalen Deutung zu widersetzen scheinen. In vielen Fällen ist es allerdings so, dass es sich hier nicht um Rätsel handelt, sondern einfach nur um kontextualisierte Erzählungen. Beispielsweise gibt es die Geschichte von dem Meister, der gefragt wird, was macht einen Mönch aus? Und er antwortet drei Pfund Hanf. Das ist erstmal so, dass man sich denkt, okay, da ist jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Rätsel im Spiel, aber tatsächlich sind drei Pfund Hanf diejenige Menge an Stoff, die Mönchen, die frisch ins Kloster eingetreten sind, zugewiesen wird. Dann ist natürlich also die Antwort des Meisters viel weniger rätselhaft, als es auf den ersten Blick scheint, weil er sagt dann eigentlich erstmal, was macht ein Mönch aus? Die Roben zu tragen, also tatsächlich ein monastisches Leben zu führen. In der japanischen Rinzai-Schule geben die Lehrer ihren Schülern einen Satz als Aufgabe. Die Schüler teilen den Lehrern in Einzelgesprächen, in den Dokusan, ihre Lösungsvorschläge mit. Auch manche Soto-Schulen im Westen arbeiten mit Koan-Geschichten. In der Praxis, in der täglichen Zen-Praxis, werden diese Koans also so benutzt, dass der Geist des Schülers total verwirrt wird, weil er ja das Ganze nicht durch einen Intellekt lösen kann. Er braucht eine andere Institution, die ihm die Antwort liefert. Und in dem Moment, in dem er dort hineinkommt, dann hat er eine andere Bewusstseinsstufe erreicht. Und das ist eigentlich das Ziel des Zen, in dem man eigentlich alle Konzepte loslässt. Das ist der Punkt. Die Autorin Margret Irgang praktiziert seit mehr als 30 Jahren Zen. Denn alles, was wir angelernt haben, unsere ganzen Gedanken, unsere Meinungen, unsere Urteile, unsere ganze Geschichte, die ist in diesem Moment nicht mehr wichtig. Das müssen wir mal beiseite schieben. Es gibt das berühmte Koan, wenn der Bogen zerbrochen ist, dann schieß. Mit Nachdenken über das Paradox allein kommt man hier nicht weiter, sagt Irgang. Und dann sitzt man also da und denkt, das geht ja überhaupt nicht. Der Schüler fängt immer erst mal an nachzudenken. Ja, wieso, wie kann denn das sein? Und versucht, irgendwelche rationalen Erklärungen zu finden. Die gibt es aber nicht. Und dann passiert nämlich etwas, der Geist bleibt irgendwann stehen. Weil er keine Antworten mehr findet mit den Kategorien, die er kennt, mit den Strategien, die er gelernt hat. Er bleibt einfach stehen. Und dann passiert etwas, was immer das ist. Die Antwort auf das Koan wird dem Meister in Einzelgesprächen im Dokusan mitgeteilt. Diese Antwort wird ganz selten mit Worten gegeben, sondern mit dem ganzen Sein, mit dem ganzen Körper. Und der Meister sieht dann, ob der Schüler in einen anderen Bewusstseinszustand eingetreten ist. Immer wieder hört der Schüler jedoch vom Lehrer, nein, das ist nicht die Antwort. Es ist wirklich frustrierend. Es gibt einen Zen-Meister, gibt es eine Aussprache von einem alten Zen-Meister, der am Ende seines Lebens gesagt hat, jede Minute der Praxis ist ein einziges Problem gewesen. Das im Zen propagierte Ziel von Satori, dem blitzartigen Erwachen, ist ein Bild, das für viele Zen-Lehrer heute nicht mehr stimmig ist. Aus meiner Erfahrung mit mir und anderen Mitschülern weiß ich, es kann auch ganz anders sein und es ist meistens ganz anders, indem es nämlich ganz langsam eine Veränderung einleitet, diese Koan-Arbeit. Wir fangen an, anders zu sehen, anders zu denken, anders zu fühlen. Wir kommen in einen anderen Stillebereich. Es gibt Koan-Sammlungen, bei denen die Antworten vorgegeben sind. Doch von solchen Sammlungen hält die Meditationslehrerin Margret Irgang überhaupt nichts. Sie ist der Meinung, dass sich die Antwort auf den Koan nicht mit Worten mitteilen lasse, sondern nur mit dem ganzen Sein, auch mit dem Körper. Der Zen-Schüler bringt seine ganze Persönlichkeit mit ein und es liegt auch an der Beziehung zum Meister, wo er interveniert und welche neuen Wege erweist. Eine Koan-Geschichte aus dem 9. Jahrhundert, mit der Schüler arbeiten, geht auf Chen zurück, eine Laiennonne. Sie reiste umher und suchte viele berühmte Meister auf. Nach ihrer Erleuchtung dichtete sie folgenden Vers. Ganz oben auf den Berghängen sehe ich nur alte Holzfäller. Jeder hat den Geist des Messers und er axt. Wie können sie die Bergblumen sehen, gespiegelt im Wasser, leuchtend, rot? Sie bekommen hier in diesem Gedicht die Sicht einer erleuchteten Person. Und dann verbinden sie sich damit. Und dann versuchen sie sich einzufühlen und erspüren die Bilder, die benutzt werden. Es ist ja immer sehr bildreich. Also ganz oben in der jeweiligen Hierarchie oder in der Politik, da sind ganz bestimmte Leute. Und Chen sagt nun, ganz oben auf dem Berghängen sehe ich nur alte Holzfäller. Das klingt sehr abfällig. Und was sind alte Holzfäller? Sie fällen Bäume. Und im Deutschen gibt es den Ausdruck ein Urteil fällen. Und mir fällt auch ein, wie viele Urteile gefällt werden von Leuten, die ganz oben in einer Hierarchie sind. Oben in der Politik. Oben in irgendwie als Priester, als Therapeuten. Es werden sehr häufig Urteile gefällt. Und wo ein Urteil gefällt wird, wird etwas oder jemand verletzt, vernichtet möglicherweise. Und das ist schon mal gar keine Sinnhaltung. Man kann die eigenen Beziehungen und sozialen Umstände im Licht solcher Gedichte sehen. Denn den im Gedicht beschworenen Geist des Messers und der Axt trägt jeder irgendwie in sich. Der Geist des Messers und der Axt ist der Geist des Urteils, aber auch der Geist der Unterscheidung. Und das brauchen wir ja auch. Aber wenn wir verurteilen oder etwas zerschneiden oder vernichten, dann ist das Messer falsch angewandelt worden. Ganz simpel. Der Zen ist sehr einfach. Margret Irgang glaubt nach vielen Jahren der Zen-Praxis, dass das beste Koan der Alltag selbst sei. Dabei geht es um eine allmähliche Veränderung im Zen-Geist. Dazu gehöre es auch, Mitgefühl und Menschlichkeit zu kultivieren. Und ich bin sowieso der Meinung, dass Kinder zum Beispiel die besten Zen-Meister sind. Denn die konfrontieren uns gnadenlos mit allem, was in uns noch nicht angeschaut wurde, mit unserem Ego, mit unseren Konzepten. Also eine Mutter, die Kinder hat, die hat ganz schöne Zen-Meister im Haus. ... Untertitelung des ZDF, 2020